Herzlich Willkommen zu SRK TV Markt. Das Zusammenwachsen von Geberit und Keramark, dafür soll auch das neue Bar-Journal stehen. Der 400 Seiten starke Katalog zeigt das gemeinsame Sortiment. Der Claim, Design meets Function, soll für die Symbiose von Ästhetik und Technik stehen. Er ist, so Bereichsleiter Marketing Thomas Brückle, unser Versprechen an die Endverbraucher, ästhetisch gestaltete Produkte zu entwickeln, die das Leben leichter und angenehmer machen. Das Bar-Journal ist ein Nachschlagewerk und Magazin für individuelle Badideen, gemacht für Berater und Kunden. Online finden Sie das Journal unter der eingeblendeten Adresse. 590 Kilometer mit dem Fahrrad, das ist die Leistung von Eddie Hardenberg. Der Außendienstmitarbeiter der GOT August Brötje KG war für die Strecke insgesamt eine Woche lang mit seinem Rennrad unterwegs. Der Grund, er wollte bei seinen Kunden Spenden für einen guten Zweck sammeln. 20.000 Euro sind bei der Aktion Eddie on Tour zusammengekommen. Das Geld wird unter drei Organisationen aufgeteilt, die sich für bedürftige Kinder einsetzen. Die Rotwerke bieten für die Schnellauslegung von Fußbodenheizungen eine neue Online-Anwendung. Das Planungsprogramm ermöglicht die Angebotskalkulation für Bauprojekte mit allen Geschossen, Wohnungen und Räumen, unabhängig von fest installierter Software. Es ermittelt automatisch alle benötigten Materialien für ein Projekt, optimiert die Wahl der Packungsgrößen und generiert Bestelllisten. Die Ergebnisse lassen sich als E-Mail versenden oder ausdrucken. Der Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie hat im Rahmen der ISH 2017 Informationsfilme und Infoblätter zur digitalen Heizung für das Fachhandwerk veröffentlicht. Die Digitalisierung schreitet voran. Der Installateur kann dadurch Arbeitsprozesse optimieren und effizienter gestalten. Unter der eingeblendeten Adresse können Sie alle Infos des BDH dazu abrufen. Ja und jetzt haben wir noch ein Produkt für Sie, Stichwort hydraulischer Abgleich. Die Nassläufer-Umwälzpumpe Alpha 3 von Grundfos ermöglicht den bei kleineren Anlagen ohne großen Aufwand. Mit dem Reader und der Software-App GoBalance werden die Betriebsdaten der Alpha 3 auf ein Smartphone oder Tablet übertragen und dann geht's los. Mit dem System Alpha 3 lässt sich der hydraulische Abgleich für ein und zwei Familienhäuser völlig unkompliziert und einfach realisieren. Das System Alpha 3 besteht aus der entsprechenden Pumpe der Baureihe Alpha 3, dem Lesegerät Grundfos Reader und der Grundfos App GoBalance. Der Reader wird entsprechend auf dem Pumpenkopf montiert, überträgt via Bluetooth entsprechend die relevanten Daten des Systems auf das Smartphone und die App übernimmt entsprechend an der Stelle anhand der gelieferten Daten aus der Anlage die Berechnung und führt den Installateur im Nachhinein durch den hydraulischen Abgleich. Und das war SHK TV Markt. Morgen haben wir hier wieder die aktuellen Nachrichten aus der Branche für Sie. Dann dürfen Sie gerne wieder reinschauen. Bis dahin. Tschüss. Musik 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 Musik